Hallo und herzlich willkommen bei Game Insight. Mein Name ist Sirius und das hier sind die Daily News. Heute mit den Themen Halo 4, Assassin's Creed 3, Medal of Honor, Warfighter, Lego Herr der Ringe, Call of Duty Black Ops 2, dann gibt's Halloween Angebote bei Origin und noch ein bisschen mehr. So, das Ganze richtet sich jetzt speziell an meine Zuschauer auf meinem Kanal, die Daily News. Das haben ja viele nicht verstanden. Das läuft auf Game Insight. Das bedeutet, das Video geht jetzt nicht hier an dieser Stelle weiter, sondern hier irgendwo. Ich linke das mal hier so ganz groß. Also die Daily News Donnerstags laufen immer auf Game Insight. Wenn ihr mich da sehen wollt mit den aktuellen Themen, die ich gerade angesprochen habe, dann bitte da klicken. Bis später drüben. Tschüss. Abschalten. Bitte Link klicken und abschalten dann. Ihr seid ja immer noch da. Abschalten. Ende.